Willkommen Freunde, wir werden es mal versuchen und stellen uns mal Lunara, ob wir das schaffen. Keine Ahnung, bis jetzt war Lunara irgendwie nicht zu schaffen. Sehr schwer. Schauen wir mal, ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben. Wollt die Tür schon gar nicht öffnen hier. Ist echt heftig, ne? Wenn man überlegt, wir haben jetzt Level 25. Und ich weiß nicht, ob wir das packen. So scheiß Kugeln immer. Ich weiß auch gar nicht, ich habe auch schon mal versucht, diese Kugeln irgendwie zurückzuschlagen. Aber das hat irgendwie noch nichts gebracht. Na, muss ich dann aufpassen hier. No, weiterer Angriff. Was ich hier auch sehr unfair finde. Wir haben bei den anderen Gegnern immer den Vorteil. Na, schnell weg. Dass, äh... Wenn der Gegner... Wenn wir versagen, dass wir nochmal eine Chance bekommen. Aber es fängt hier immer wieder von vorne an irgendwie. Vielleicht gibt es ja diesen Punkt, den wir erreichen müssen. Und zwar... Jetzt bis zur Mitte. Vielleicht haben wir dann Glück. Bis wir da nicht komplett von vorne anfangen müssen. Ich hoffe, wir haben es ja erreicht. Das werden wir jetzt angreifen, dass ihr nur die Hälfte an Energie hat. Ansonsten... Ne, fängt wieder von vorne an. Ey, wie... Was willst du denn an Level haben, um das zu packen? Oh, ne, wir sind wendiger. Weil die hat einmal durchgezogen. Ich hab mal ein Schild hingehalten. Ich hab mal ein Schild. Ich hab da noch keine Strategie entwickelt, um die zu schaffen. Ich hab da noch ein Schild. Jetzt war das linke, aber... Geht auf jeden Fall mit Level 25 schon viel besser. Wurden wir von den Kugeln abgelenkt. Wir brauchten aber die Energie. Ei, ist das ein Kampf, ey. Okay, die Hälfte schaffen wir immer. Das war's schon wieder. Okay, da können wir ein bisschen Energie einsammeln, dachte ich mir. So stark, so was haben wir denn hier? 796. Ich will mal gucken, ob die Stufe steigt, die Energie. Ähm, ob die Erfahrungspunkte reichen. Ah! Sorry. Ich bin schon so viel Energie abgezogen, muss doch mal klappen. Oh, ist das heftig, ey. Was für ein Fight. Ich würde schon fast sagen, unentschieden. Los, komm. Zieh durch, Junge, zieh durch. Alter. Die packen wir los, komm. Los, jetzt dich schlapp machen. Ja, wir konnten noch einmal aufladen. Los, komm. Komm. Los, komm. Ah, wir haben's. Wir haben Lunara besiegt. Alter, wie geil ist das denn, ey. Puh. Alter, war das ein harter Fight, ey. Also, Level 25, könnt ihr euch merken, kann man's schaffen. Alles andere ist utopisch. Das muss ich erst mal sacken lassen, das war ein Fight. Heftig, heftig. So, jetzt reden wir nochmal mit dem Sanctum. Neuer Fertigkeitspunkt, den hab ich aber auch nötig. So, es ist wahr. The Ethereum ist, dass du dich schlappst. Never mind that. Oren, wir haben ein Problem. Ich hörte. As you know, Macros hat die Rechte von Ascension, wie wir tun. Correct. Aber wenn er will Ascend, er braucht Ethereum. Und wir haben es weg. Exactly. Und das ist das Problem. Wie ist das ein Problem? Es funktioniert. Das akzeptieren wir doch natürlich. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir beenden das Ganze hier. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lunara hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Ich bin total platt, dass wir es überhaupt geschafft haben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss, gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.